Ja, willkommen zurück zu einer neuen Runde GTA. Ja, hier in San Andreas, in Los Santos, mit CJ und... Oh, das süße Herz auf der Karte. Das ist der Herz auf der Karte. Scheiß drauf. Nee, wir brauchen gerade keine Freundin. Ja, natürlich. Sexy Ladies. Nee, wir brauchen gerade überhaupt keine Freundin, denn das können wir uns heute überhaupt nicht leisten. Sondern wir haben eine Mission, ich mach mal das Radio aus. Wir haben eine Mission, und zwar fahren wir zu Sweet. Denn irgendwas ist im Park gewesen, oder somit Ballas. Und wir fahren jetzt zum EmiNation, wo es uns aus und ballern die alle weg. Ja, was haben wir eigentlich im letzten Park gemacht? Das hab ich jetzt nicht erwähnt, weil ich's einfach gar nicht mehr weiß. Ich weiß, ich glaub bloß noch, ich glaub, wir haben diesen komischen, dieses komische Minigame da gespielt. Aber leider weiß ich gar nicht mehr. Was ist das mit den Russen und dem... ...der Fabrik, wo wir da Waffen haben? Ich weiß es gar nicht mehr. Tut mir echt leid. Tut mir leid. Ich weiß es nicht mehr. Ja, oh, fuck. Ey, passt halt mal auf. So, hier sind wir auf der Hauptstraße, und da vorne müsste irgendwo der AmiNation sein. Und da vorne, die Ami-Flagge. Seh ich doch schon von weitem. Oh, das tut mir leid. Doberman. Mörsermunation. Hier kannst du Waffen und Munition kaufen. Der Park... Äh. Das ist der Glen Park Ballersgebiet. Wieso lese ich das überhaupt vor? Ich schätze einfach mal, ihr könnt auch lesen. Okay, also da sind Ballers mit ihren tollen Kopftüchern, die da alle so richtig schön am Plaudern sind. Yo, Homie. Ähm. Und wir dürfen uns jetzt deren Entledigen. Das ist doch schön. So, dann gehen wir da mal rein. Hm. Entschuldigung, mal frische Malz. Oh, böser Bär. Böser Bär. Ja, so. Ja, all top quality. Glaube ich dir aufs Wort, aber... Wohl für die neuen Millimeter haben wir ja noch was. Ähm. SMG, Nikos, nein. Nein. Boah. Nikos, in der. Okay. Wir haben die andere, wenn es stimmt, oder? Wir haben die... Ne, die Technologen haben wir auch nicht. Aber die dritte, die wir haben, die haben sie hier gar nicht. Sehr doof. Schrotflinten brauche ich nicht. Wurfwaffen brauche ich auch nicht. Schutzweste werden. Aber haben wir schon. Ach so, ist sie unter SMGs, oder? Natürlich ist sie unter SMGs. Wie viel Muni haben wir da denn? Oh Gott, nein. Nein. Ich bin doch nicht bekloppt. Ich wollte eigentlich bloß für die AK-Munition. Das wäre eigentlich nicht gewesen, aber das wird schon gehen. Das wird schon gehen. Wenn wir eine Schrotflinte haben, die pumpen wir den mal in den Arsch. Und dann reißen die eh alle aus und so. Ne? So. Richtung Landpark. So, mal hier an den ganzen Cops vorbei. Mal so einen Laternpfahl beim Motorrad umgenüttet. Ballas Gebütt war auf dem Radar Violett angezeigt. Natürlich. So. Schätze mal, wir sind da. Ich soll feindliche Gangpläne angreifen. Okay. Wenn ich zu Fuß unterwegs bin, ist doch schön. Dann machen wir das doch gleich mal. Suchen wir uns hier mal ein paar. Bist du ein Baller? Oh shit. Fuck. Nö. Siehst nicht so aus. Hm. Wenn ich ein Baller wäre, wo wäre ich dann? Da wahrscheinlich. Oh nö, oder? Oh nö, lass mich doch im Ruhe. Warte mal, da drüben war doch so ein... Flat CJ. Da vorne ist doch so ein Polizeistern-Symbol. Ich weiß nicht. Oh, ein Dealer. Nein. Du hier eine Rian-Straut. Ich hab mal ja gesagt, aber das klingt trotzdem nicht sehr freundlich. Fick sei. Alter, hat der viel Kohle dabei. Die da umbringen, ist immer ne nette Sache, du. Oh, wo sind die... Boah, halt die Fresse. Wo sind die Ballers? Hey, 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 come back here, man. I got him under control. You wanna shut up? Nein. Puh. Pang, 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 pang. Pschuh. Aber wir haben immer noch keinen Bankenkrieg ausgelöst. Was wir eigentlich wollen. Baller. Baller. Jetzt haben wir ne Bankenkrieg ausgelöst. Schön. So. Und dann hüpfen wir einfach mal geschmeidig hier drüber. So. Wir wollen ja nicht sterben, das wäre nämlich nicht gut. Und wenn die alle auf der Brücke sind, dann können die uns auch schlecht erledigen. Oder? Genau, dann müssen die nämlich alle hier rumkommen. Dann werden wir die auch ganz schnell los. Au. Au. Nein. Lass mich in Ruhe. Bitch. Boah, hier ist so ne scheiß Flieger auf meinem Arm. Die riecht mich gerade so auf. Ah. Ähm. Bitch. Boah, ey, du scheiß Flieger, ey, komm. Boah, ey, hast du auch diese voll aufdringlichen Fliegen, die einfach nicht abhauen wollen? Die sind so sch... Du scheiß, wie? Boah, ey, fick dich, fick dich, ich mein's ernst. Du wirst dich, ey, kleine Missgeburt, sau Drecksarsch fliegen. Boah. Ich schieße auf ihn getrunken, oder? So. Bei dieser... Okay, zweite Welt überlebt, das ist ja schön und gut, aber diese scheiß Flieger soll hier weg, ey, die, die... Alter, ich kann die nicht woanders landen, nur auf meiner scheiß Gamer-Maus-Hand. Auf meiner rechten. Boah, ey, ich will das Geld, ich will nur das Geld, ich will nur das Geld, ich will nur das Geld. Bitch. So. So läuft das. So, wir haben das Viertel eroberts. Respekt erhöht, die Grosse-State-Families kontrolliert jetzt dieses Gebiet auf dem H-D-A-S-S-G-R-Ü-N. Ja, wir haben unser erstes Gebiet eroberts, Leute. Ja, Gangmitglieder gibt's jetzt hier, so, unsere Homies sind jetzt überall. Zumindest im Glen Park, da kommen wir ja richtig schön chill, so im UFO, so. In deinem Gebiet wird ständig von feindlichen Gangs angegriffen. Natürlich wird es das, weil die auch keine anderen Hobbys haben. Das ist wie früher in der... Früher im Kindergarten, wenn man Räuber und Schandale spielt, ja. Man spielt es einfach, weil einem langweilig ist. Hat es einen Sinn? Nein. Ah, ja, feindliche Übernahme, gewinnst du Achtung und Geld. Ah, Geld klingt immer gut. Geld unterschlupfen in der Grove Street. Okay. Klingt ja schön. Ich weiß zwar nicht, wie man mit einer Kontrolle hier... Oh Gott. Okay, wahrscheinlich so Erpressungsgeld. Ich hoffe, da ist mal keine Wienerüberhabe. Komm. Yo! My Homies, und jetzt... Ja, verpisst euch nur, der scheiß Ballas. So, da hinten ist ein Herz. Ein Herz bedeutet... Oh Gott, nein, nicht die Ballas. Ein Herz bedeutet, ähm, Labeln. Haben wir gerade aufgefühlt. So, und ich kann euch jetzt mal zeigen. Karte. Jetzt sieht das Ganze hier nämlich ein bisschen... Ah, scheiße. Ein bisschen anders aus. Nämlich so. Hier ist Grove Street. Mit Sweet. Ähm, hier, das ist unser Gebiet. Scheiße. Ich gucke mal rechts. Ähm, da oben jetzt im Glen Park ist auch unsers. Das ist alles Baller. Baller, Baller. Ähm, das ist auch Baller. Und das ist mein. Hoffentlich und das auch. Und das Gelbe ist von den... Latinos. Keine Ahnung, wie die gerade heißen. Auf jeden Fall ist hier ein Dealer. Beneint. Machen wir mal. Ach so, nee. Bejahen, Zett. Hey, geh, deine Gemeinde. Arbeit irgendwo anders. Hey, niemand stoppt mich von kommen. Ups, sorry. Hey, wenn du es nicht mehr braucht hast. So, einfach mal so... ...zirka 2000 Dollar verdienen. Ist doch schön. Ist doch richtig geil. Also, wenn ihr mal Geld braucht, Dealer umlegen, ne? So kann man richtig fett Kohle machen. So. Ähm, ich würde gerne zu Sweet gehen. Obwohl, wir könnten auch theoretisch noch ein Ballersgebiet erobern. Aber das bringt uns wahrscheinlich nicht so viel gerade. Oder? Nee, denkst du auch nicht, ne? Boah, ey. Bisschen mehr Respekt, ja? Gast ja hier einfach rum wie so ein Gestörter. Nee, ich nehme das aus. Ich ziehe überall noch Ballers hier. Aus. Dass ich auch schön die Tür öffnen. Ist auch toll. Und die 2 Dollar lassen wir einfach mal nie. Aber ich kann da mal Radio anmachen. Ist ja ganz so schlimm. Aber irgendwie das mal ein bisschen Beschäftigung hier. Auch wenn das vielleicht doch ein bisschen drückt. Aber das ist ja eigentlich egal. So, unterwegs zu Sweet. Mal schauen, was der noch so für so ein Petto hat. Also wenn wir jetzt jetzt keinen Namen gemacht haben, dann weiß ich ja auch nicht. Schöne Musik. Weg. Nein. Nein. Yo. So, das ist Sweet's Bude. So, perfekt eingeparkt. Wir haben zwischen 9 und 17 Uhr wieder. Und hier ist wahrscheinlich das Geld. Oh, schon 110 Dollar. Ist schön. Ich glaube, weil das ist jetzt die einzige Mission, die wir haben. Und wenn wir zwischen, ja, 9 Uhr dürfen wir erst kommen. Also würde ich sagen, hat man die Fresse Radio. Dann würde ich sagen, wir erobern jetzt nochmal hier Ballersgebiet das Rechte hier. Oder wir versuchen es. Kann ich ein paar Hobbies mitnehmen? Wie geht mir das? Geht das? Kann ich irgendwie... Nö. Ich weiß leider nicht, wie das geht. Das geht zwar. Aber ich schätze mal, das werden wir erst noch lernen. Naja. Sonst hätte ich mir eine Verstärkung mitgenommen. Boah, ey. Halt die Fresse. Bitte. Das ist einfach schlimm. So. Bullies. Oh. Nein. Okay. Wandelnkrieg. Und richtig schön Kohle einsacken wieder. Nicht vergessen. So. Sieht irgendwie aus, als kämen wir jetzt mehr. Was man natürlich nicht aufhalten kann. Denn wir sind natürlich unbesiegbar. Unbesiegbar heißt, dass man uns nicht killen kann. Ne. Über den Zaun. Hier waren wir ja schon, wer sich erinnert. Ne. In der allerersten Mission. So. Ja, aber allererste, was ja nichts vorher getroffen hat, wenn wir noch Rad fahren, aber... Graffiti-Sprueing. Oder sprayen, halt. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Oh, das tut mir leid. So, hier oben sind wir halbwegs safe. Hoffe ich nochmal. Und die können wir ja einfach alle wegsneiden. Nassenein, dann wäre das natürlich noch effektiver, aber... So geht's auch. Lass mal. Wir lassen die einfach erstmal herkommen. Beziehungsweise, die gehen einfach... Hö? Scheiße. Ach, du Heiliger. Scheiße. Oh, fail ever, ey. Nee, oder? Komm. Oh, scheiße. Nein. Ach, das ist doch Bulli. So, so, Karte. Dann fahren wir aber nochmal zum Amionation. Bevor wir nämlich Sweets Mission machen, würde ich mich gerne ausrüsten. So, mach mal Platz hier. Ach, das ist doch jetzt scheiße. Da habe ich mich da oben und auch etwas zusätzlicher gefühlt und habe einfach nicht auf meine Lebensanzeige beachtet. Boah, ey, aber wie sie... Wie die mich ja alle immer aus dem Konzept und... Diese scheiß Antenne, ey. Ich hasse die. Da rauscht mal voll der Gamer auf einmal, macht mir 180 Grad. Was natürlich voll realistisch ist und so, aber... Naja, okay, von Realistik braucht man, glaube ich, im GTA-Same-Geris nicht reden. Zum Beispiel, dass der sich einfach wieder umdreht, aber das kommt eigentlich gar nicht zu gut. So, so. Willkommen nach Ham, meine Freunde. Man kann auch hier auf den Schießstand, aber das ist meistens nicht so spannend, denn man schießt einfach auf diese Ziele die ganze Zeit und kann so sein Waffensgelenk. Das wird besser, ne, das schafft man auch immer. Naja, einfach so schießen. Aber wenn ich mir denke, wie die Oma hier gerade, da steht so... Die eine und andere Hüfte mit der anderen da schießen, das ist schon lol. Und das sind die dünnsten AKs, die ich sehe so lange, oder die M4, keine Ahnung. Was hat denn der hier? Eine Spektra, ne? Uzi? Das ist ein MP5, ich weiß es nicht. Nö. Das ist so viel... Nö. Das ist, glaube ich, die... Das ist ein M16, das weiß ich. Das ist ein M16, das ist ein M3, aber leider nicht da, oder? Nö. Schade. Oh, ja, man hat auch noch welche hier. Sniperrifle. Da haben wir, es ist eine Galle. Nö, aber das ist eine Auge. Das ist eine Galle da oben. Zweite. Na, ähm... Magnum, der Rex. Äh... Also nicht schlecht ausgestattet, wie mein Freund. Und was können wir kaufen? Pistolen. So, nimm einfach mal jetzt einen neuen, so ein bisschen. So, schon mal ein bisschen Muni. So. Was denn noch? Was haben wir denn noch? Ich glaube, ein Micro-SMG muss ich erst mal machen. So, das Micro-SMG. Oh, ja. Take it, hold it. Love it. Natürlich. So, ähm... Wurfwaffen. Das ist meine Schutzweste. Bam. Hat er nur die eine? Es ist besser, nicht zu mentionieren, wo du das hast, okay? Okay. Natürlich, wir verraten nicht, wo wir das hier haben. Hm. Sollen wir eine Schrotflinte mitnehmen? Boah, eigentlich nicht mehr. So, da sind wir erst mal ausgerüstet. Und dann fahren wir wieder zurück zu unserer schicken Bude. Aber wir nehmen das Ding, komm, das hat doch viel mehr Style. Ich bin ein Lose, also hate mich. Wenn den Kopf interessiert, zahlt nicht die Bohne, ne? Überhaupt nicht. Oh. Fortschritt bei Denise. Ah, mit Denise. Denise mag uns wohl nicht mehr. Wir rufen einfach nicht mehr an. Oh. Ja, nicht. Oh. Kollision. Autsch. So. Boah, ey. Mit so 200 Sachen für das City, das ist nicht gerade so einfach. Scheiße. Da kenne ich viele Spiele, wo das Autofahren leichter ist. Wow. Oh, oh. Ich habe Angst. So, hier hoch. Ja, ich fahre im Gegenverkehr. Nein, das interessiert mich nicht, Herr Polizist. Oh, Denise mag uns nicht mehr. Oh, ist ja aber schade. Schade. Tja, Denise. Tja, Denise. Hättest du halt nicht so einen Gangster wie CJ aussuchen sollen. So, dann packen wir mal hier unser Auto und sacken mal unsere Fett für die Knete hier ein. 325 Dollar. Und ich glaube, ja, 90 Minuten. Ich mach jetzt mal einen Cut. Ich mach den Cut, ja. So, Switch-Mission werden wir in der nächsten Folge erledigen. Ausgerüstet, ne. Versteht sich. Wir haben jetzt hier Fettsachen. Also, Pistole und Mikro-SMG. Und eine Faust, mit der wir die Menschheit retten werden. Da. Links, rechts. Links, rechts. Ja. Also, ich freue mich, wenn ihr in den nächsten Part wieder dabei seid. Ich hoffe, es hat euch etwas gefallen. Ja, wir sehen uns dann, ne. In der Santos wieder. Bis dahin. Euer Istanos. Und ciao.